Musik Wir freuen uns total, dass Sie uns heute erneut den Laden voll machen. Mit Moulin Rouge haben wir ja einen super Erfolg. Wir machen Theater in einer wunderbaren Stadt. Die Menschen sind cool, sie freuen sich, sie machen gerne Party. Da sind Sie bei uns hier genau richtig. Also erstmal liebe ich den Wirtschaftsstandort Köln. Ich bin hier zu Hause, ich liebe den Dom und ich liebe natürlich durch meinen Job die zahlreichen Unternehmen, die eine Vielfalt der Gesellschaft abbildet und auch branchenmäßig wahnsinnig interessant aufgestellt ist mit Medien, mit Hochschulen etc. Der Wirtschaftsstandort Köln hat alles, um wirklich erfolgreich zu sein. Wir haben Hunderttausende von jungen Menschen, ich nenne das immer unseren Brainpool der Zukunft. Wir haben einen total guten Branchenmix über Chemie, Stahlindustrie, Versicherungswirtschaft. Wir haben eine sehr, sehr gute digitale Infrastruktur. Also das heißt, wir haben alles, um erfolgreich zu sein in Köln. Also ich glaube, für den Wirtschaftsfaktor Köln ist es gut, dass wir eine sehr diverse Stadt sind. Zumindest so in der Welt und in Deutschland wahrgenommen werden. Und ich glaube, dazu trägt auch der Köln Pride ein gutes Stück bei. Ich bin so freudig, erregt und so erfüllt und glücklich über diesen Preis für meine Come-Out-Stiftung. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Der Preis ist für uns erstens eine große Überraschung gewesen und wir freuen uns riesig. Das bestätigt uns in unseren Bemühungen und ist auch ein Riesenansprung, natürlich weiterzumachen in diesen Themen Nachhaltigkeit und Diversität in Köln. Köln ist sehr divers. Köln ist eine für mich vollkommen unterschätzte Technologiestadt. Nicht nur wir dürfen hier sehr vieles gut produzieren, sondern ich kenne viele Start-up-Unternehmen hier. Das ist wirklich toll. Von daher hoffe ich, dass in 2030 Köln super darstellt. Das ist wirklich toll.